In Japan ist ein Blauwal vom Himmel gefallen und landete auf einem Einkaufszentrum. 100 Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch drei Deutsche. Drei Deutsche unter 100 Menschen? Sind wir was Besonderes oder warum müssen wir bei sowas immer extra genannt werden? Ich meine, sitzt du da von der Glotze und denkst dann, boah, hätten die drei Deutschen mal lieber keinen Japan-Urlaub gemacht. Dass die Nachrichten das so machen, ist aber nicht Deutschland exklusiv, das machen alle Medien. Und das aus der menschlichsten Eigenschaft ever. Dinge, die uns nahe vorkommen, um die schämen wir uns halt mehr. Auf der Welt passieren täglich Millionen Dinge, über die man berichten könnte. Und das Goon-Prinzip hilft den Medien dabei herauszufinden, was berichtenswert ist und was nicht. Der Gesprächswert gibt zum Beispiel vor, dass je schlimmer ein Ereignis ist, desto eher wird darüber berichtet. Zum Beispiel bei jungen Opfern oder im Ausland deutsche Opfer. Ist das geil? Absolut nicht. Aber dass sich Medien sowas nicht einfach so ausdenken, sondern halt das tun, was bei uns Menschen am besten funktioniert, wirst du nun mal immer wieder hören...